Läuft Amok Geil Ach, die laufen deswegen Amok, weil sie bis zum Tod kämpfen Die fliehen? Ich hab noch nie Timuriden fliehen sehen Boah, Leute! Unser erster Erfolg! Mal sehen, wie lange er anhält Was habt ihr hier? Schwere mongolische Lanzenreiter Da schicke ich jetzt mal meine U-Woods her und ein bisschen Unsere Männer werden angegriffen Wir müssen etwas unternehmen Wagen wir es einfach mal Aber wir werden eh gleich aufgerieben Aber trauen können wir uns ja mal Aber so schlecht stellen wir uns diesmal gar nicht an, finde ich War schon mal schlimmer Jetzt habe ich natürlich hier noch eine veraltete Armee Aber wie gesagt, ich werde jetzt mal meine Armeen aktualisieren Und dann die neue Taktik einsetzen Wir müssen sofort handeln Und dann schauen wir mal Ja, das war ein Satz mit X Unsere Männer werden angegriffen Ja, wartet bis ich meine besten Armeen aufs Schlachtfeld für ihr Penner Macht eigentlich die Verstärkung da hinten irgendwas aus, was ich umnieten zu lassen Unsere Männer haben den zarazenischen General erschlagen Jawohl Jetzt müssen wir seine Männer zurück in die Wüste treiben Hier Mohammed der Fromme Jetzt hoffe ich einfach mal, dass seine Leute deswegen den Kampfesmut verlieren Sieht aber nicht so aus Ganz im Gegenteil Die mörcheln hier sogar noch fröhlich weiter Oh, die tausend Völker, sie kommen wieder über uns Oh, scheiße Ich glaube, gegen die Mongolen muss man mit schwerem, präzisem Gerät anrücken Ey, ich schwöre es euch, ich schicke euch aus Konstantinopel so eine Armee runter Ihr wisst nicht, wie euch geschieht Ich glaube, ich werde auch Konstantinopel zu meiner Hauptstadt machen Weil dann brauchen auch die Generäle nicht so lange darunter Wir werden zwar alle oben auf den britischen Inseln rumstreiken, aber das ist mir jetzt egal Unsere Männer werden angegriffen Wir müssen etwas unternehmen Ja, also ihr seht schon, die Timuriden, das ist schon, die suchen schon ihresgleichen Aber ich bin ganz überzeugt davon, dass wir Na herrlich Das war's Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir die Wenn wir die mit der richtig aufgestellten Armee Wenn wir denen entgegentreten, dann Also offenes Feld ist eh schlecht gegen die, das weiß ich Aber ich weiß auch jetzt, dass meine Armee, die da war, die hatte eh keine Chance mehr Die war eingekesselt Deswegen rüste ich jetzt einfach meine Städte mit den besten Einheiten, die ich hab, auf Aber der wird sowas von schlucken Die haben wir aber auch nicht schlecht gelassen Solange sie noch keine Stadt eingenommen haben, können sie ihre Verluste nicht ersetzen Ich führe hier einen Zermürbungskrieg Und da mit harten Verlusten, ja, aber Leute, ihr wisst, wie's ist Ja, genau, mit dem greife ich jetzt die Stadt an Das waren die, die in der Stadt drin waren Ja, ist ja gut jetzt, Mensch Übertreiben muss man's auch nicht unbedingt So, meine neue Hauptstadt wird Konstantinopel Ah, sind's jetzt hier oben natürlich nicht so amused drüber Sollen sie nicht so haben Oh, in Inverness sieht's aber dann gar nicht so toll aus In Inverness haben wir auch doch da mal in der Armee stehen Grütieren wir mal noch ein bisschen was rauf Hoffen, dass es dann besser wird Ah, dann werde ich jetzt mal in Konstantinopel Werde ich jetzt auf jeden Fall mal schweres Gerät hier gleich mal in Auftrag geben Den heiz ich so ein, ich schwör's euch Hier ist größtenteils Fernkampf Hier hab ich auch ne Kanone drin ausgezeichnet Wie sieht's hier aus? Da sind zwei Bombarden Wie nicht Fernkampfeinheiten Gut, Aleppo Da hab ich Ja, es geht mit den Fernkämpfern Besser als nix Naja, aber Leute Das soll nun nicht länger unser Problem sein Ah ja, hier können wir was fortbilden Und was ausbilden Und bla und blie und blub So, Mizea Es ist mir eine Ehre, mein König Äh Mein König Gott ist mit uns Männer Ach, wisst ihr was? Löschen wir doch noch zur Feier des Tages die Ägypter aus Glaube und Mut haben uns den Sieg geschenkt So Diese Länder haben wir ehrlich errungen Sieg Tägliche Rennen So, damit haben wir das Ha, und Seite vernichtet Ägypten Damit ist das ägyptische Erbe dahin Was ist denn das hier unten? Ah, da gibt's doch noch ne Eine kleine Provinz Eure Befehle? Männer, marschiert! So Dann können wir eigentlich die Leute, die in Gaza sitzen, da runterschicken, ne? Das noch einnehmen Wo auch immer diese Stadt jetzt ist Wahrscheinlich irgendwo am Nil liegen, denke ich mal Oder hier hinten an der Küste Könnte man auch die Armee von Jeddah rüberschicken Ja, bilden wir doch mal so ein Schiff aus Jawohl, Leute Ähm Dann hat mich gefreut, dass ihr wieder mit am Start wart Wir haben einen ganz großen Sieg gegen die Ägypter errungen Das mit den Timuriden Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das noch wird Was belagert ihr das eigentlich noch? Naja, egal Ähm Und hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Wenn's wieder heißt Let's play medieval 2 Total War Hoffentlich diesmal mit Erfolgen Äh, gegen die Lieben Timuriden Und Ja Bis dahin wieder alles Gute Wie immer halt Ciao, servus, euer Max